AusfahrTV ist ein Partner von Leasingmarkt.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AusfahrTV und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist der Ford Focus ST. Der Ford Focus ist ein Fünftürer aus dem Bereich der Kompaktklasse. Der ST die kleinere Performance-Version. Drei Mitbewerber hätte ich exemplarisch für euch. Einmal der Volkswagen GTI TCR, der Renault Megane RS und der Hyundai i30N. Der Ford Focus wurde als vierte Produktgeneration im April 2018 in London erstmals vorgestellt. Die Performance-Version ST wurde im Sommer 2019 präsentiert. Der Focus wird in Saarlouis, Deutschland gebaut. Beim Euro NCAP Crash Test hat er im Jahre 2018 alle fünf Sterne bekommen. Ford bietet den Focus ST zu einem Basislistenpreis von 32.200 Euro an. Unser Testwagen mit dem Designpaket und allen weiteren Optionen wird ein Listenpreis von 39.630 Euro. Ich habe den Testwagen wie immer für euch nachkonfiguriert. Die Konfiguration findet ihr auf unserer Homepage, den Link zur Homepage unten im Videobeschreibungstext. Direkt über diesem Link findet ihr einen weiteren Link zu unserem Partner leasingmarkt.de. Wenn ihr da draußen also darüber nachdenkt, ein Fahrzeug zu leasen, dann solltet ihr auf jeden Fall bei leasingmarkt.de vorbeischauen. Die haben nämlich immer die besten Leasingangebote, egal ob nun für Privat oder für Gewerbe, über alle Marken, durch alle Segmente. Schaut einfach mal vorbei bei leasingmarkt.de. Der 2020 Ford Focus ST 2,3 Liter EcoBoost hat einen 2,3 Liter Reihenvierzylinder unter der Haube. Dieser leistet 280 PS mit einem maximales Drehmoment von 420 Nm, welches zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels 6-Gang-Handschaltest. Der Ford Focus ST hat stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 kmh. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller bekrägt 7,9 Liter auf 100 km bei einem CO2-Ausstoß von 179 g pro Kilometer. Das Neffs-Werte WLTP 8,2 Liter bei 187 g pro Kilometer. Vollbetankt mit 52 Litern super, kommt man im Idealfall 650 Kilometer weit. Optional kann man den Ford Focus ST auch als Diesel und als Kombi bestellen. Ford bietet den Focus bei uns in Deutschland in neun Ausstattungslinien an. Die beiden sportlichsten aktuell sind ST und ST mit Designpaket. Wir haben also hier die allerhöchste und sportlichste ST mit Designpaket. In der Basis wird der Ford Focus mit Halogen-Scheinwerfern ausgestattet und ausgeliefert. Auch übrigens der Ford Focus ST. Wir haben aber hier die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer und die kommen dann auch in Verbindung mit den Nebelscheinwerfern. In der Basis steht der Ford Focus auf 16 Zoll Stahlfelgen. Der ST dann auf 18 Zoll Alufelgen. Durch das Stylingpaket ist unser Fahrzeug aber mit diesen 19 Zöllern ausgestattet. Und wir haben auch die roten Bremssättel. Wir haben eine Bodenfreiheit von 120 Millimetern und Ford bietet den ST in sieben Farben an. Unsere Farbe, die ich persönlich wunderschön finde, nennt sich Tropical Orange Metallic. Der hört sich doch schon ganz nett an, oder? Und das für einen 2,3 Liter Vierzylinder. Wir haben zwei Auspuffrohre auf jeder Seite eins. Die gehen fast so ein bisschen unter. Schwarz auf schwarz halt. Aber sorgen doch für einen ordentlichen Sound und man zeigt hier halt Auspuff. Ich persönlich finde ja, dass man im Innenraum noch mehr Sound-Unterstützung kriegt. Dann wahrscheinlich künstlicher Natur. Da hört er sich noch ein bisschen kerniger an. Aber von außen ist das auch schon nett. Derweil spiele ich ja hier mit der Lichtorgel rum. Und ihr seht selbst, es sind nicht alles LED, was hier blinkt und glänzt und funkelt, sondern da sind auch noch ein paar herkömmliche Glühbeln in den Rückleuchten dabei. Mit der Funkfernbedienung kann ich beim Ford Focus nicht nur die Türen aus der Ferne ver- und entriegeln, sondern ich kann auch die Fenster hoch und runter fahren lassen. Einmal kurz gedrückt, danach lang gedrückt halten und schon fahren die hoch beziehungsweise auch runter, je nachdem wo man drückt. Wir haben Kieles Go-System an den vorderen beiden Türen und am Kofferraum und vor dem Wagen auch noch eine schöne Ford Performance Einstiegsleiste spendiert. Dazu auch beim Ford Focus ST haben wir die Türschoner. Das sind ja diese Dinger, die hier ausklappen, dass wenn man mit der Tür irgendwo gegenstößt, geschützt ist und sich nicht den Lack zerkratzt. Da steige ich direkt mal ein. Wir haben hier auch die guten Recarus mit einer relativ hohen Sitzwange. Trotzdem ist der Einstieg sehr bequem. Eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kann man sich erst so ein bisschen hier so mit draufsetzen, dann ist der Einstieg nicht ganz so tief und man fällt erst später. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Ford Focus ST mit dem Styling-Paket. Ja, guckt einmal bitte in die Konfiguration, die auf der Homepage verlinkt ist. Dann seht ihr, was ihr hier noch extra zahlen müsst. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Das Armaturenbrett hier ist weich. Vorne allerdings mit hartem Kunststoff versehen und hier die kleine Scheibe vom Head-Up-Display, das drumherum ist halt auch harter Kunststoff. Dann haben wir hier eine Applikation. Sieht so ein bisschen carbonartig aus und darunter ist es dann auch noch mal weich. Erst hier, der Deckel vom Handschuhfach, da haben wir dann harten Kunststoff. In den Fußraum gucke unten Teppich, harter Kunststoff und hier so ein bisschen Kunstleder. Hier weiter oben ist dann aber wieder harter Kunststoff und wenn wir uns das alles mal im Schwenk angucken, harter Kunststoff, harter Kunststoff, harter Kunststoff, bis dann zur Mittelarmlehne, da haben wir wieder Kunstleder. Die schönen Sitze, Kunstleder und was ich gut finde Kunstfaser auf der Sitzfläche, das gibt dann noch mal extra Seitenhalt. Im Übrigen auch mit so einem hübschen ST-Logo. In den Türen oben wieder ein weiches Material. Das sitze ich auch hier rum. Hier haben wir noch mal ein bisschen diese Applikation. Ein bisschen Kunstleder, Kunstleder und unten die Türtasche ist dann harter Kunststoff. Das gilt auch für die A-Säule. Der Himmel ist damit stoffbezogen und ganz leicht unterschäumt. Herr Ford hat ja nicht unbedingt einen Premiumanspruch. Das ist ein kompaktes Fahrzeug. Ich finde schon, dass wir bei der Materialwahl hier Sorgfalt haben weiten lassen. Das ist schon alles ganz ordentlich. Ich mag diese diese Applikation hier und das passt auch alles zu dem sportlichen Auto. Der Startknopf befindet sich hier neben dem Lenkrad. Ich starte das Fahrzeug, auch wenn es dann so laut ist. Oben haben wir also das, Himmel, Herrgott, das 8 Zoll Display vom Infotainment System. Darunter ein Lautstärkeregler und ein Tune-Regler und noch Kurzweiltasten. Darunter der zentral der Warnblinkschalter, vielleicht ein bisschen klein. Könnte man noch auffälliger gestalten, ist aber in Ordnung. Zwei Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann und den Luftstrom kann ich hier über ein Drehrad regeln. Das gilt auch für die Lüftungsdüsen außen. Eine Etage tiefer haben wir dann die Klimaanlage, zwei Klimazonen haben wir. Unser Fahrzeug ist mit dem Winterpaket ausgestattet, unter anderem Frontscheibenheizung. Eine dreistufige Sitzheizung, die auch das Auto richtig schön warm macht und eine Lenkradheizung. Neben dem Schalthebel Start-Stop und ESC kann ich regeln. Auf der anderen Seite kann ich das Head-Up Display einfahren. Es gibt einen Parkassistenten im Ford Focus ST. Okay. Und die Parkpiepser kann ich deaktivieren. Noch ein Stück weiter hinten dann die elektrische Feststellbremse und eine Auto-Hold-Funktion. Das Lenkrad präsentiert sich natürlich auch sportlich. Unten abgeflacht hier auch nochmal der ST-Schriftzug und die Grifffläche hier ist mit perforiertem Leder bezogen, der restliche Kranz mit normalem Leder und wir haben hier auch noch eine weiße Ziernaht. Im Übrigen seht ihr selbst, es ist ein Multifunktions-Lenkrad. Dieses kann ich manuell verstellen. Ich sitze irgendwie schief im Sitz, merke ich gerade. Und das ist der komplette Radius. Und selbst wenn ich mir das ganz tief einstelle, kann ich eigentlich noch die Armaturen komplett ablesen. Zumal, wenn ich das Head-Up Display ja habe, dann ist mir das eigentlich auch relativ egal. Komm, ziehen wir ruhig ein bisschen raus. Die Lenkradbelegung links im oberen Teil haben wir Speed-Limiter und adaptiven Tempomaten, im unteren Bereich das Infotainment-System. Auf der rechten Seite dann unten wieder Infotainment-System und hier habe ich die Fahrmodi, dazu die Steuerung vom Bordcomputer. Und wichtig, damit schalte ich sofort in Sport und hiermit kann ich durch die Modi durchwählen. An der Lenksäule rechts dann der Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und hier die Wippe hinten. Auf der anderen Seite dann Blinker, Lichthupe, Fernlicht und ich habe hier noch einen Taster für den Spurhalteassistenten. Links neben dem Lenkrad der Lichtschalter hier, die Cockpitbeleuchtung und Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer. Vor dem Türgriff habe ich hier die Wippe für die Zentralverriegelung und in der Erweiterung der Armlehne dann die vier elektrischen Fensterheber. Die kann ich hier auch sperren, die Spiegelverstellung und die Spiegel kann ich auf Knopfdruck auch anklappen lassen. Den Motor kann ich wieder ausstellen. Ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal hier in den Sportsitz. Der ist in der tiefsten Einstellung und ich habe noch mehr als eine Faustplatz zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Ich kann den vor- und zurückfahren, hoch und runter und dazu habe ich noch eine Lodosestütze, die ich ein- und ausfahren kann, aber nicht in der Höhe verstellen. Und natürlich die Lehnverstellung habe ich gezeigt. Vor allen Dingen, was ich gut finde, die Kopfstützen kann ich auch ausziehen, stückweit. Meistens haben die Sportsitze ja integrierte Kopfstützen, bin ich nicht so ein Fan von. Ja, die Sitze finde ich sehr lobenswert. Auf der einen Seite ist es ein sportlicher Sitz natürlich. Ich habe eine perfekte Führung im Sitz, sowohl im oberen als auch im unteren Bereich kann ich kaum rausrutschen. Ich bin ja schon ein bisschen korpulenter, trotzdem kann ich hier sehr bequem drin sitzen und tatsächlich bequem. Also ich finde die Sitze wirklich bequem. Wie so ein Sessel im Prinzip, der sich an deine Form anpasst. Und so habe ich nicht nur einen perfekten Seitenhalt, sondern auch noch was Bequemes bei dem doch recht straffen Fahrwerk, was der Fortfokus ist, hier hat. Dann starte ich den Motor nochmal. Seht ihr, haben wir die komplette Lichtorgel. Wir haben also erstmal zwei Rundinstrumente, den Drehzermesser auf der einen Seite, den Tacho auf der anderen Seite und unten Tankanzeige und Kühlwassertemperaturanzeige. Im oberen Bereich dann der Bordcomputer, der sich hier auch schon meldet. Ganz oben die Außentemperatur, ein bisschen tiefer das Tempolimit und da meldet sich dann auch noch der Spurhalteassistent. Dann kann ich hier durchschalten. Die digitale Geschwindigkeit kann ich mir unter anderem ansehen. Fahrassistenzsysteme. Ach, ihr könnt ja selber sehen. Daumen schalte ich ja durch. Einstellungen gibt es auch nochmal. Da könnten wir vielleicht einmal reindrücken. Dazu haben wir also noch ein Head-Up Display. In dieses Schirmchen werden mir diverse Informationen eingeblendet. Unter anderem das Tempolimit, meine aktuelle Geschwindigkeit und auch die Assistenzsysteme melden sich hier. Und es gibt hier sogar eine Einstellung, da kann ich euch einmal alles zeigen, was das Display euch anzeigen kann. Dann mache ich gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich vorbeisehen. Die A-Säulen sind schon nicht zierlich. Das darf man hier nicht verwechseln. Je nachdem wie tief man sitzt, könnte das schon ein bisschen hakelig werden. Da seid ihr. B-Säule okay und die C-Säule ist auch auf jeden Fall ein klitzekleiner toter Winkel. Macht aber gar nichts. Denn wenn wir den Schulterblick starten, gucken wir zuerst in den Außenspiegel. Die Spiegelfläche ist auch okay. Könnte eigentlich noch ein bisschen größer sein für das kompakte Fahrzeug. Ist eher so Kleinwarnniveau, finde ich. Hat mich aber nicht gestört bei meinen Fahrten. Ich konnte alles gut sehen. Ein Blick in den Innenspiegel und ich sehe die komplette Heckscheibe. Und da kann ich auch den rückfertigen Verkehr gut im Auge behalten. Dazu haben wir hier in unserem Testwagen auch noch eine Rückfahrkamera. Die Linien bewegen sich mit. Und ich habe hier auch noch die Möglichkeit rein zu zoomen. Anhängerbetrieb. Und habe hier noch so eine andere Aufsicht. Und da melden sich dann auch noch die Sensoren hier, die Abstandssensoren. Ja, das Bild ist auch gar nicht schlecht. Durchaus scharf. Und auch von den Farben hier finde ich es in Ordnung. Das soll es gewesen sein. Halt Stopp, bevor ich ausmache. Der Hupencheck noch. So hört sich die Hupe an. Im Ford Focus ST. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck hier. Ich zeige euch also die ganzen Ablagen im Fahrzeug. Beginne hier in den Türtaschen. Die gehen übrigens noch ein ganzes Stück weiter bis hier hin. Da kann ich zum Beispiel noch Warnwesten verstauen. Ich habe hier meine halbe Liter Flasche Y-Food. Das ist ja mein Partner. Geschmacksrichtung Crazy Coconut. Eine halbe Liter Flasche. Das Zeug hat dann 500 Kalorien. Macht mich vier Stunden satt. Und ihr könnt es auch bestellen. Dafür der Gutschein-Coach. Spart ihr ein bisschen was. Der halbe Liter passt hier gut rein. Ein bisschen größer dürfte die Flasche schon noch sein. Aber nicht wesentlich größer. Sonst kann man sie hier schlecht rausnehmen. Links neben dem Lenkrad ein kleines Fach. Das ist alles harter Kunststoff. Aber da kann ich halt auch noch Sachen verstauen. Vor dem Gangwahlhebel habe ich dann hier einmal die Ablage für ein Smartphone. Da kann das auch induktiv geladen werden. Und daneben eine weitere rutschfeste Fläche. Davor dann USB-Anschluss, falls das mit dem induktiven Laden nicht klappt. Und auch noch ein 12-Volt-Anschluss. Hier habe ich eine Schublade. Kann ich auf und zu machen. Da drin sind variable Halter. Die kann ich halt verstellen und sagen, ich nutze das als Getränkehalter und passe mir das so an, dass der halbe Liter jetzt hier sitzt und wackelt. Und wenn man das sieht, da werden auch 0,75 Liter Flaschen reinpassen. Oder aber man nimmt die Teile ganz raus, weil wir haben unten auch eine rutschfeste Matte. Und nutzt das einfach nur als Staufach. Daneben gibt es auch noch ein kleines Staufach. Da passt der Schlüssel halt perfekt rein. Und man sieht es hier vielleicht auch. Ein bisschen Ambient Light kommt hier schon zum Tragen. Die Mittelarmlehne kann ich nach vorne und hinten schieben. Wenn ich sie nach hinten geschoben habe, kann ich sie dann auch öffnen. Hier gibt es dann noch einen weiteren USB-Anschluss und ein Fach. Da könnte ich jetzt... Ne, das passt nicht. Also es ist vielleicht nicht mittig. Mittig geht es denn gerade so. Also so einen halben Liter kriegt ihr da gerade eben so rein. Aber nur, wenn ihr diese Aussparung hier nutzt als Deckel. Das Handschuhfach haben wir hier. Das ist auch schummerig beleuchtet. Im oberen Bereich haben wir dann das Bordmaterial in Form einer Tasche. Und im unteren Bereich noch jede Menge Platz für andere Sachen. In der Sonnenblende ist ein Make-up-Spiegel integriert. Der wird von außen beleuchtet. Schummeriges Licht. Spiegelfläche begrenzt durch die beiden Lampen dann doch relativ klein. Und hier außen habe ich dann noch so ein Gummiband. Da kann ich Tickets reinklemmen oder aber auch die Rettungskarte. Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite klappen. Hier behalte ich aber noch einen Bereich, wo die Sonne von der Seite aus einfallen kann. Und im oberen Bereich habe ich dann Haltegriffe. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Das ist aber auch dann zusammen schon die Einstiegsbeleuchtung. Und damit bin ich durch. Ich habe euch alles gezeigt. Ich glaube, ihr habt selbst gesehen, ein bisschen Ablagemöglichkeiten haben wir hier und da. Für den Kompakten durchaus in Ordnung. Es ist jetzt hier kein Platzwunder, aber es würde mir persönlich schon reichen. Dann zeige ich euch einmal noch rudimentär das Infotainmentsystem. Ich starte den Motor, weil sich das System sonst abschaltet. Hier übrigens auch nochmal schön zu sehen. ST Ford Performance gibt nochmal eine schicke Animation zum Start. Allerdings dauert die auch ein Weilchen, ne? Und dann meldet sich das System. Das lassen wir mal umgeschnitten drin, damit ihr das auch seht und erfahren könnt und erfasst. Es ist also ein 8 Zoll Display als Touchscreen. Wir haben hier eine Home-Taste. Und ich habe immer das Gefühl, man müsste öfter drücken. Die Karte baut sich noch auf. Wir haben also drei Kacheln. Was höre ich gerade? Was mit meinem Telefon? Und das ist Infotainmentsystem. Hier unten dann die Schnellziele. Audio. Hier kann ich wählen. Quellen. AM, FM, DAB und Bluetooth Audio. Gehen wir mal auf FM. Dann haben wir hier Sender, sprich die Senderliste, die sich dann hier aufbaut. Kann ich auch dann einen wählen. Und Frequenz, da können wir dann quasi manuell eingeben. Ja. Und wenn ich einen Sender gefunden habe, was auch immer in POR3 ist, kann ich hier gedrückt halten, die unteren Dinger und dann wird der entsprechend abgespeichert. Jawohl. Dann die Navigation. Hier als Karte. Er sagt mir Ziel. Ich sage Suchen. Und hier gebe ich jetzt ein... Ups. Werther Straße 42. Schrift ist ganz schön, finde ich. Bielefeld. So. Und jetzt such das Ganze bitte auch. Ja. Start. Haben wir wohl gleich gefunden. Sehr schön. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Dann beginnt die Routenführung. Jetzt wird das auch mal ein bisschen heller. Ich hatte Licht an, weil es ja draußen schon so schummerig ist. Route hat er erkannt. Um 21 Uhr 8 bin ich da. 58 Minuten 83 Kilometer. So ist das. Dann Nordwest. Nein. Hier kann ich nichts machen. Steuerung will ich eigentlich auch nicht. Kann ich mir hier noch das Menü anzeigen lassen. Und da die Route abbrechen. Jawohl. Brich ab. Dann habe ich hier am Lenkrad ja noch die Spracherkennung. Im Kommando bitte. Adresse suchen. Nennen Sie die Stadt, gefolgt von der Straße und der Hausnummer. Wenn Sie in einem anderen Land suchen möchten, sagen Sie Land ändern. Bielefeld, Wertherstraße 42. Wenn Sie bereit sind, betätigen Sie die Sprachtaste und sagen Sie als Ziel einstellen. Oder sagen Sie Ende. Als Ziel einstellen. Das Ziel wird eingestellt. Ja. Und jetzt haben wir das wieder genauso wie vorher. Dann haben wir hier noch die Einstellungen, unter anderem die Klang-Einstellungen. Ja. Da hat er gestottert. Ein dreistufiger Equalizer. Ein Fader. Und den Klang-Modus kann ich noch zwischen Surround und Stereo wählen. Ja. Mir persönlich ist das System einfach zu träge. Aber ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Andere Leute mögen damit wahrscheinlich besser klarkommen als ich. Was ich okay finde, bis gut ist das B und O Premium Soundsystem. Sowohl Höhen und Mitten sind zu differenzieren. Auch wenn man ein bisschen lauter hört. Das ist jetzt nicht ganz großes Kino, aber schon ordentlich und brauchbar. Ein kleiner Hot-Hedge. Ist ja nicht egal, was man da an Platz auf der Rücksitzbank hat, sagen die meisten. Ich finde das trotzdem interessant. Zeig euch einmal das Platzangebot und auch die Ausstattung. Ich sehe schon, den Kopf werde ich ein bisschen einziehen müssen. Ist auch so. Aber sonst, ich sitze hier hinten immer ein bisschen höher. Ist das vom Einstieg okay? Ja. Und so sitze ich hier hinten. Ich bin erstmal schier begeistert. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 m groß und ich kann hier tatsächlich ganz bequem hinter dem Fahrer sitzen. Die Füße kann ich bis zum erweiterten Spann unter den Fahrersitz schieben. Der ist allerdings auch ganz runtergelassen. Und ich habe durchaus Beinfreiheit. Ich lehne mal meinen Kopf an die Kopfstütze. Zwei flache Hände bekomme ich auch noch zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Und wenn ich zur Seite gucke, stoße ich auch nicht gleich an den gepolsterten Dachhimmel. Also vom Platzangebot ist das hier hinten prima. Was mich auch freut, die Sitzflächen der beiden äußeren Sitze sind ebenfalls mit Kunstfaser, also so einem Alcantara-Mix bezogen. Und somit habe ich hier hinten auch ein bisschen Seitenheit, auch wenn die Sitze hinten gar nicht so ausgeformt sind. Wir haben hier elektrische Fensterheber mit getönten Scheiben. Die sind optional. Die Fenster versenken sich auch vollständig. Dann gucken wir uns gleich nochmal die Ausstattung an. Alper Bübsch. Noch eine Y-Food-Flasche. Nein, ist die gleiche. Also einen halben Liter bekomme ich hier gut rein. Größere Flaschen sehe ich hier nicht unbedingt. Und nach hinten ist dann auch nochmal eine Faustplatz. Das war es dann aber auch schon. Im oberen Bereich habe ich den Haltegriff und daneben dann auch noch einen Kleiderhaken. An der Rückseite der so semi-verschalten Vordersitze habe ich dann noch Gepäcknetze, also so Zeitungsnetze. In der Mittelkonsole im unteren Bereich gibt es einen 12-Volt-Anschluss. Und wir haben sogar Leseleuchten für die beiden äußeren Sitzplätze. Das ist natürlich gleichzeitig auch die Einstiegsbeleuchtung. Und wir haben hier auch eine Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern. Jeder Getränkehalter hat vier Abstandshalter. Und wieder den halben Liter Y-Food genommen. So, dass man es auch schön lesen kann hier. Der sitzt hier drin, als wäre das für die Flasche gemacht. Kippelt zwar ein bisschen, aber ein bisschen Spiel muss man ja auch haben. Die Mittelarmlehne könnte ich mir auch mit meinem Mitfahrer teilen. Da geht dann aber schon der Kampf um den Platz los, weil so richtig breit ist die nicht. Apropos richtig breit. Ich brauche fast den Platz hier bis zu dieser Naht. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht reicht mir das auch. Das heißt, ich hätte den Bereich für eine Person, die zwischen zwei korpulenten alten Männern sitzt. Würde ein Model passen. Ist ein Fünfsitzer. Nein, also drei Jans hier oder drei kompulente Menschen auf der Rücksitzbank sehe ich persönlich nicht. Allerdings, wenn die Personen alle drei ein bisschen schmaler sind, geht es durchaus. Der Rückenteil ist deutlich härter als außen, aber ich sitze hier trotzdem noch recht angenehm. Die Gurte hier hinten, ja gerade noch ausreichend, um Kindersitze und Babyschein ein bisschen bequemer anzuschnellen. Die Türöffnung hier. Die Tür kann man weit aufstellen, kann man auch einen größeren Kindersitz reinzirkeln, wenn man möchte. Die elektrischen Fensterheber selbstdrehend mit einer Einklemmschutzfunktion versehen. Die Isofix Halterungen, die verbergen sich hier hinter so Plastikkappen, die dann allerdings auch lose im Auto rumfliegen, wenn man sie nicht braucht. Dafür die Gurtpeitschen stacher Natur, sodass sich kleine Kinder auch selbstständig anschnallen können. Den Airbag kann ich im System vorne im Infotainment-System deaktivieren, den Beifahrer-Airbag. Wir haben allerdings keine Isofix Halterungen auf dem Beifahrersitz. Auch den Focus ST gibt es optional mit einer elektrischen Heckklappe, nicht bei unserem Fahrzeug. Der Taster befindet sich hier unterhalb der Ford-Flaume. Und auch so schwenkt die Klappe locker auf, dank der Hilfe der Gasdruckdämpfer. Den Kofferraum vom Ford Focus ST passen 375 Liter. Ist das nicht genug, klappt man die Rücksitzbank um und erhält ein Ladevolumen von 1250 Liter. Dann zeige ich euch nochmal den Kofferraum. Erstes Manko ist natürlich, es geht hier tief runter. Den Ladeboden kann ich anheben. Das ist der B&O Subwoofer und Warnwesten, Medipack, Abschleppparken, alles da. Tire-Kit. Kann ich auch schon wieder zuklappen. Dann haben wir hier auf der linken Seite ein Gummiband. Da geht es auch noch ein bisschen rein. Ne, nicht wirklich. Und eine Zuöse. Die Zuösespondos ist da vorne. Im oberen Bereich gibt es noch einen Taschenhaken, was ich clever finde. Das Warn-Dreieck hier unter dem Sichtschutz. Auf der anderen Seite gibt es die Kofferraumbeleuchtung. Schummerig. Und ja, das war es auch schon in Sachen Kofferraum. Der Sichtschutz hat hier ein echtes Scharnier. Und im oberen Bereich habe ich auch so einen Pin, den ich aushängen kann. Der Sichtschutz ist auf der Sichtseite und auch von unten mit Filz besprüht, nehme ich mal an. So sieht das zumindest aus. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich auch locker hier an die Entriegelung der Sitze. Da fallen 40 Prozent und auf der anderen Seite dann die 60 Prozent. Und man sieht es hier, glaube ich, ganz schön. Ich habe keinen ebenen Ladeboden, sondern hier fahre ich quasi bums vor die Sitze. Mein 28-Zoll-Rennrad, das bekomme ich auch in den Kofferraum, wenn die Rücksitzbank umgelegt ist. Lediglich das Vorderrad muss ich aufbauen, sonst hätte das nicht gepasst. Da habe ich auch schöne Griffschalen. 492 Kilogramm darf ich zuladen bei unserem Testwagen. Davon 75 Kilogramm aufs Dach verbannen. Ford bietet auch für den ST eine Anhängerkupplung an. Die hat eine Schützlast von 90 Kilogramm. Und damit darf ich Hänger mit einem Gesamtgewicht von 1600 Kilogramm ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Ford Focus ST. Ich bin gestern von Bilzerberg nach Bielefeld gefahren und habe mich gemüht, den Wagen sehr effizient zu bewegen. Schön verhalten gefahren auf der Autobahn, maximal 135. Sonst da, wo was erlaubt war, bin ich das eben gefahren auf der Landstraße. Und habe mich aber bemüht, auch immer sehr sanft zu beschleunigen. Und komme nach 102 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch von 7,7 Liter. Ich bin auch heute Morgen von zu Hause hier ins Feld gefahren bei kalten Temperaturen. Habe den Verbrauch trotzdem halten können und bin damit 0,2 Liter unter dem Neffswert sogar. Kann man machen. Es geht, aber es ist schon brutal hart, weil das Auto nun mal auch Spaß macht. Und wenn man sich da selbst so kasteilt, ist halt immer schwierig. Ich drehe mal hier an der Kraxer Straße. Rückfahrkamera ist auch am Start. Und werde hier aber ein bisschen hin und her drehen müssen. Denn... Das ist alles nicht ganz so einfach, Kinder. Die Lenkunterstützung im Stand ist okay. Eine Umdrehung. Und das war es dann auch schon. Das heißt, zwei Umdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Und wir haben hier einen Wendekreis von 11,3 Meter. Ja, ich habe hier, das habt ihr gesehen, auf dem Lenkrad eine Sport-Taste. Die kann ich drücken. Komm sofort ins Sportprogramm. Da sieht man auch die anderen Modi. Rennstrecke lasse ich aus. Rutschig ist es nicht. Normal bin ich die ganze Zeit gefahren. Ich schalte also jetzt mal in Sport. Und weil wir diese Anzeige jetzt auch erst nicht mehr brauchen, gehe ich dann auch mal in die Tacho-Ansicht. Dann habt ihr unten immer schön den Drehzahlmesser und auch die digitale Geschwindigkeit. Die Angst des Torwarts vom Elfmeter quasi. Jan muss selbst schalten, mein Beschleunigungstest. Launch Control lasse ich weg. Brauche ich auch nicht. Sondern ich starte einfach so. Ja, und da habe ich die 100 schon erreicht. Ich sehe das 70-Schild kaum. Von 0 auf 100 geht es unter optimalen Bedingungen in 5,3 Sekunden. Jetzt hier einmal die Autobahndurchfahrt, wo ich so ein bisschen Schatten habe. Da solltet ihr sehen, die Schalter sind beleuchtet in so einem Blau. Und es gibt auch einen Hauch von Ambient Light geschaltet. Wird mit der Hand. Sechs Gänge habe ich zur Verfügung. Schöne kurze Schaltwege, eine sehr präzise Schaltkulisse. Auch die Möglichkeit sich zu verschalten sehr gering. Und hier im Sportprogramm, ich weiß nicht ob ihr das hört, auch mit so einer Zwischengasfunktion. Ich gehe jetzt aber wieder zurück erstmal in Normal. Auch wenn sich das nicht aufs Fahrwerk auswirkt. Meine Fahrwerkstrecke hier. Ich gehe mal auf 55. Das ist schon ein sehr sportlich eingestelltes Fahrwerk. So soll es auch sein. Ich spüre die Dehnungsführung sowohl im Sitz als auch leicht im Lenkrad. Und jetzt hier in den Wellen in der Straße, auch die spüre ich sehr schön. Macht beim sportlichen Fahrzeug ja auch Sinn. Ich sage mal so, Restkomfort ist eher nicht gegeben im Ford Focus ST. Wäre mir auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen zu straff das Ganze. Aber zum dynamischen Fahren ist es natürlich eine Wonne. Und wer das nicht haben will, der muss sich natürlich auch kein Ford Focus ST kaufen, sondern einen normalen Fokus. Da ist das Fahrwerk dann halt ein bisschen komfortabler durchaus abgestimmt. Hier haben wir jetzt aber eine Wuchtbrumme, einen Sportwagen, ein Hot Edge sozusagen. Und bei dem finde ich das auch voll vertretbar, wenn das halt ein bisschen härter zur Sache geht. Man will es ja auch so haben. Ich bremse hier mal zackhaft runter. Bremse kann man auch fein dosieren. Die kann aber auch gut zupacken. Wir haben vorne Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 330 mm. Hinten immer noch 302 mm. Große Bremse macht aber auch Sinn. Es gibt sogar Start-Stop hier im normalen Fahrprogramm. Denn wir haben ja 1,5 Tonnen, die wir mit 280 PS vorwärts beschleunigen können. Und da möchte man natürlich auch eine Bremse haben, auf die man sich verlassen kann. Ich bin den Wagen wie kein anderes Auto natürlich nicht auf der Rennstrecke gefahren. Kann euch also nichts dazu sagen, ob die dauerhaft standhält. Im normalen Straßenverkehr macht die einen sehr guten Eindruck auf mich. Ja, los geht's. Ich bemühe dann doch nochmal das Sportprogramm. Und das ist jetzt ja eigentlich schon Höchststrafe mit dem Laster vor mir. Dass ich die Kurve nicht wenigstens nochmal schön mitnehmen kann. Aber so ist das halt im wahren Leben. Zumindest mal probiert. So, und jetzt schwundige ich mal durch. Ja komm, bis 200 PS muss reichen. Ich glaube, es zeigt euch schon. wie das hier funktionieren kann, wenn man mal Gas gibt. Schauen wir uns erstmal die Lautstärke im Auto an. Ich gehe wieder zurück auf normal. Bei 100 kmh dreht der Wagen bei 2200 Umdrehungen. Keine Windgeräusche. Den Motor höre ich natürlich so ein bisschen, aber auch nicht zu laut. Nur so, dass ich weiß, das Tier könnte ich jederzeit wecken. 120 im sechsten Gang bei 2800 Umdrehungen. Die Windgeräusche setzen jetzt langsam ein. Den Motor höre ich aber immer noch so ein bisschen in der Tiefe gräueln. Das ist eigentlich sehr angenehm. 140 jetzt bei 3100 Umdrehungen. Das Geräuschniveau immer noch sehr angenehm. Ich kann mich noch normal mit euch unterhalten. Die Windgeräusche haben leicht zugenommen. Das Motor gräueln auch so ein bisschen. Und das Schöne ist halt, sobald ich dann wieder ein bisschen Gas aufnehme, höre ich den Motor noch mal präsenter. 160 bei 3500 Umdrehungen. Kann man immer noch fahren als Reisegeschwindigkeit. Sich auch immer noch normal mit seinem Nachbarn, Sitznachbarn unterhalten. Die Windgeräusche sind ein bisschen stärker. Tragen jetzt auch immer mehr das Motorengeräusch davon. 180 dann bei 4000 Umdrehungen. Jetzt fange ich aber doch schon mal an, meine Stimme zu heben, weil das Gräueln lauter geworden ist. Die Drehzahl macht sich jetzt auch klangtechnisch bemerkbar oder lautstärkentechnisch. Die Windgeräusche gehen da fast so ein bisschen unter. 200 jetzt bei 4500 Umdrehungen. Ja, jetzt sehe ich meine Stimme schon deutlich. Aber selbst das, nee, eigentlich nicht. Also als Reisegeschwindigkeit 180 noch vollkommen okay. 200 wäre mir glaube ich schon ein bisschen laut. Kann man aber auch sehr entspannt fahren. Die Lenkung ist ja schon sehr direkt. Das Fahrwerk ist sehr straff. Trotzdem kannst du das Auto auf der Autobahn bei 200 noch sehr entspannt beherrschen. Das ist also hier kein Rumgehoppel. Du solltest halt bloß wilde Lenkbewegungen vermeiden. Aber das sollst du ja eh bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, das Problem beim Fokus ist halt, dass du durchaus länger brauchst, um von A nach B zu kommen. Es ist einfach so. Weil stell dir mal vor, du willst gerade mal Milch holen fahren. Und willst jetzt hier auf die Autobahn und denkst dir, im Moment mal. Zwei Kreisel direkt nebeneinander. Das geht ja gar nicht, ne? Das muss ich mir aber nochmal angucken. Und schwuppdiwupp hängst du schon wieder auf dem Rückweg. Und sagst, ja Mensch, den nehme ich halt auch nochmal mit, ne? Und während du jetzt hier diesen zweiten Kreisel nochmal bemühst und dir denkst, das macht schon Spaß, ne? Bist du natürlich versucht zu sagen, hm, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wie der da hinten aussah, der Kreisel. Na gut, dann fahre ich den halt doch nochmal, weil das halt so ein bisschen Spaß macht. Und schwuppdiwupps bist du gefangen in so einer Zeitschleife hier, wo du nur noch ein Kreisel nach dem anderen fährst und dich daran erfreust, wie schön dein Fahrzeug durch die Kurven geht. Und, äh, ja, das macht halt ne Menge Spaß. Was soll ich sagen, Kinder? Was ich eben bei meiner spaßigen Kurvenfahrt gar nicht erwähnt hab, ist natürlich, dass ich einen bombigen Seitenhalt hier in den Sitzen habe. Ich finde die nicht nur sehr sportlich, dass ich hier einen super Seitenhalt habe, sondern dazu auch noch echt bequem. Also, ich sitze gerne in diesem Auto. Plus, die Sitzheizung funktioniert auch noch hervorragend. Was will man denn mehr, ne? Genau so soll es doch sein. Das maximale Drehmoment von 420 Newtonmeter liegt ja zwischen 3. und 4. Umdrehungen an. Im sechsten Gang jetzt einfach mal nur Gas gegeben. Ich bin noch nicht mal im Sport, sondern nur in Normal unterwegs. Und da seht ihr, wie ich hier wunderschön herausbeschleunigen kann. Und, äh, ihr könnt euch auch denken, was heißt denn denken? Dann machen wir doch gleich hier mal in Sport nochmal. Und jetzt spielen wir das Ganze nochmal mit dem 4. Drück, 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 drück. Ja, geht. Ich wollte eigentlich als Beispiel sagen, wenn ihr auf der Landstraße mal einen LKW überholen wollt. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, auf der Landstraße dann bis 170 hoch zu beschleunigen. Also, die Geschwindigkeitsentfaltung hier ist wirklich eine Wonne, macht Spaß. Und somit macht das Fahrzeug nicht nur auf kurvigen Landstraßen Spaß, sondern durchaus, mir zumindest, auf der Autobahn. Du, äh, wenn du nicht auf den Verbrauch achten musst, ist das schon echt super. Also, ja, macht Spaß. Ich finde das klasse. Zum Fahren ist es echt super. Ja, da kann ich jetzt noch was zum Verbrauch sagen. Ich bin jetzt quasi schon am Bilsterberg wieder angekommen, hab meine 200 Kilometer voll gemacht. Ähm, der Neffs-Verbrauch wird mit 7,9 Litern angegeben. WLTP mit 8,2. Ich bin jetzt hier, äh, meine Durchschnittsrunde gefahren mit, äh, 9,2 Liter. Das halte ich auch für einen relativ realistischen Wert. Ich bin effizient mit dem Auto auch gefahren, äh, komme auf einen Wert von 7,7. Und ich hab den mal richtig getrieben. Da bin ich dann bei 15,2 Liter. Also ihr bestimmt quasi, das macht ihr ja sowieso immer, wie viel ihr verbraucht. Und es geht halt wirklich von Unterneffs, äh, bis nach oben offen. Ähm, zusammenfassend kann ich sagen, das Auto ist durch und durch ein Spaßfahrzeug. Ähm, ich würde mir den, glaube ich, nicht zulegen, wenn ich, äh, öfter längere Strecken fahre. Aber ich bin ja auch ein alter Mann und ihr alle junge Küken da draußen. Und euch macht das dann mit dem Fahrwerk halt nicht so viel aus. Ich finde, der ist halt schon wahnsinnig straff abgefedert. Das ist vollkommen in Ordnung. Der soll ja auch sportlich sein und der lässt sich auch hervorragend sportlich fahren auf diese Art. Unter anderem, ne, kannst du es jederzeit auch mal fliegen lassen. Also das war jetzt nicht fliegen lassen. Aber das ist eine echte Spaßmaschine. Und ich bin erstaunt, dass die sich sogar so effizient fahren lassen kann. Gerade mit dem Differenzial vorne, jede Kurve eigentlich ein Genuss. Ähm, auch wenn man sich schnell durchfährt. Vielleicht nicht unbedingt auf Winterreifen. Nein, der macht Spaß. Durch und durch. Und, äh, kriegt von mir auch meine Empfehlung. Ich hätte den gerne. Äh, wobei ich immer noch dem, äh, Ford Focus RS hinterher traue. Äh, den hatte ich damals ja auch sehr in mein Herz geschlossen. Ist ein super Auto. Äh, belassen wir es einfach dabei. Als Fazit. Gehen wir nochmal kurz auf die Assistenzsysteme ein. Ich stelle mal hier den adaptiven Tempomaten auf 140 ein. Der Kollege vor mir fährt deutlich langsamer. Das heißt, ich fahre auf ihn zu. Das Auto merkt, dass jemand vor mir hält den Sicherheitsabstand zum Vordermann. Und, äh, bremst das Auto entsprechend ein. Jetzt übernehme ich seine Geschwindigkeit und zucke quasi hinter ihm her. Das Problem, was der Tempomat halt hat, ist, dass er eine sehr große Toleranz bei den Objekten, ähm, ja, an den Tag legt, äh, die er erkennt. Wenn du nämlich jetzt, ähm, hier ausscherst, beziehungsweise ich hab's anders gehabt. Mal angenommen, ich, äh, hab jetzt den Tempomaten gesetzt. Da vorne ist das Fahrzeug. Ich erkenne das und weiß, okay, der Tempomat wird wahrscheinlich gleich reinkicken. Setze schon den Blinker, um auf die linke Spur zu fahren. Bremst der Tempomat mich trotzdem ein, weil er da vorne halt ein Objekt gesehen hat oder erkannt hat und sagt, Mensch, das könnte irgendwie heikel oder knapp werden. Und das ist dann schon so ein bisschen nervig und hindert dich so im Fahrfluss. Der adaptive Tempomat ist ja dafür da, mich zu entlasten und nicht mich zu nerven. Und hier nervt er halt so ein bisschen. Aber ich meine, die meisten werden wahrscheinlich den eh nicht groß nutzen, sondern, äh, eigenständig fahren wollen. Dazu haben wir einen, äh, Totwinkelwarner. Der meldet sich hier mit so einem, äh, orangenen Leuchtpunkt im Spiegel, ungefähr anderthalb Wagenlängen, bevor sich das Fahrzeug überhaupt in den toten Winkel schiebt. Das finde ich in Ordnung. Ja, jetzt habe ich das wieder gehabt. Er hat den Laster erkannt, geht vom Gas, obwohl ich mit großem Abstand, ähm, den, äh, überhole. Und das finde ich halt so ein bisschen störend. Ich meine, das ist jammern auf hohem Niveau, aber, äh, ich soll ja auch mal was sagen, was mir halt so auffällt. Ja, wir haben auch einen Spurhalteassistenten. Der sagt mir, nimm die Hände ans Lenkrad. Also, ich versuche mich mal hier aus der Spur raus zu kegeln. Ähm, äh, erkennt er, schickt mich auf die andere Seite. Ja, und dann hat er jetzt nicht mehr erkannt, beziehungsweise sagt mir hier, Idiot, greif doch mal bitte ein. Ähm, ähm, also, der gibt dir nur einen ersten Impuls, lenkt dich dann zur Gegenseite. Und wenn du nicht schnell genug reagierst, dann musst du halt schon ein bisschen aufpassen. Ist, denke ich, okay, so als Warnung halt. Aber ich persönlich mag ja Systeme mehr, die, äh, komplett mitlenken. Verstehe aber, dass man sowas im Fokus ST nicht unbedingt braucht, weil die Zielgruppe, ja selbstständig fahren will, ne. Die will ja ihren Spaß haben und sich nicht von Assistenzsystemen ausbremsen lassen. Hat Ford auch ganz gut gelöst, denn den Spurhalteassistent habe ich hier, äh, am Finger vom Blinker. Quasi ist ein Taster, da kann ich den relativ schnell ausschalten, äh, und dann stört er mich auch nicht mehr so. Dazu hat der Ford Focus auch eine Verkehrszeichenerkennung, hat meines Erachtens alle Tempolimits erkannt, die ich auch gesehen habe auf meinen Testfahrten, äh, das finde ich auch halt praktisch. Und somit sind alle vier Assistenzsysteme, die ich in einem Auto erwarte, hier vorhanden. Der adaptive Tempomat könnte noch ein bisschen besser funktionieren, so auch der Spurhalteassistent. Wenn ich aber sehe, was für ein sportliches Auto ich hier habe und an welche Zielgruppe sich das richtet, dann, äh, denke ich, ist das alles in Ordnung, so wie es funktioniert. Weil ich denke mal, äh, Langstrecken wirst du, äh, mit dem Ford Focus ST eh nicht fahren wollen, ne? Also, dass du jetzt sagst, Mensch, einmal die Woche mache ich Hamburg-München, da würdest du dir, glaube ich, nicht so ein Fahrzeug kaufen, was hier so straff abgestimmt ist. Ja, Kinder, das war's auch schon. Das war meine Videokaufberatung zum neuen Ford Focus ST, den ich als ST mit Styling-Paket und als Hatchback gefahren bin. Ähm, zum Ende immer zwei Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Äh, das Auto ist meines Erachtens schon ziemlich perfekt. Äh, ich sage mal, das Sync 3 ist mir deutlich zu langsam. Wenn man sich das Ganze hier ansieht, dann fällt das Infotainment-System auf jeden Fall sehr schwach auf. Und auch die Assistenzsysteme, insbesondere der adaptive Tempomat, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Kontrolle wünschen, beziehungsweise er sollte ein bisschen feinfühliger arbeiten. Ich, äh, will einen Laster überholen und er bremst mich trotzdem ab, obwohl ich schon so halb auf der linken Spur bin. Und das finde ich schade. Aber das ist auch schon Jammern auf hohem Niveau. Dann sind wir mal ehrlich, die meisten Kunden dieses Fahrzeugs werden, äh, den adaptiven Tempomaten nicht mal nutzen. Ja, was mir hingegen gut gefallen hat, ist eigentlich das komplette Auto. Wer ein Auto sucht, heutzutage noch mit dem man richtig Spaß haben kann, aber auch effizient fahren kann. Das ist er eigentlich, ne? Also wenn man einen Frontkratzer quasi will. Ähm, ne, die Fahrergeschafften finde ich wirklich super. Der macht eine ganze Menge Spaß. Und was mich umgehauen hat, dass ich es sogar geschafft habe, unter den Neffsverbrauch zu fahren. Also, viel falsch machen kann man nicht. Das Ganze für unter 40.000 Euro, boah, kann man machen, sag ich, ne? Kann man machen. Gut, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare da draußen. Und lass mich doch wissen, würdet ihr 40.000 Euro für das Auto ausgeben? Wie findet ihr ihn? Schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich wie immer und sage Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ja olmuşt sich. Ich Called euch. Und viele haben Nachbeio! Tage gehört 10.000 Euro vor der autonomy. Und alle Freunde. Farbe Euph Imacia. Und alle Leute haben das neueнее führendte. Ja!